Hallo, hier ist der Markus. Ich bin Liedermacher und schreibe Lieder. Ich habe mir ein Geschenk überlegt für Weihnachten. Würde ich gerne eine Gitarrenstunde für euch machen. Eine Gitarrenstunde mit meinen Liedern. Würde ich gerne anfangen, äh, 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 zum Skabla ist cool, oder? Und für die Gitarrenstunde braucht man natürlich auch eine Gitarre. Der war jetzt gut. Ich konnte mal einen Hüpfel lassen. Und das erste Lied, das ich mit euch machen möchte, ist von meiner ersten CD, Stufels. Ein einziger Gitarrenlehrer. Bei dir bleiben sicher alle die Losen. Also, das ist ganz ein einfaches Lied. Man muss nur ein bisschen schrubben, da, so. Und da oben greift man einen Akkord. Geil, wird alle ein bisschen. Beim Akkordmachen tut man da mit den Fingern. Der Stinkefinger kommt da her. Der Ringfinger da her. Und der Zeigefinger da her. Warte, ich muss nochmal ein bisschen mitfressen. Dann muss man hier so anschlagen, schau. Schau, jetzt zeige ich da, schau. Brutal interessant, ja. Gespinnig. Dann ist der ganze Drucker, dass man einfach die ganze Hand hier einen Bund höher tut. Dann ist auch schon der zweite Akkord gemacht. Schau mal. Die Chapel, die Gitarre. Mach's, den Hut braucht's, hm? Dann komm's. Na, der ist auch viel.